Yo Leute, was geht? Ich bin's, euer Enrico Italia und heute habe ich ein weiteres Video für euch am Start. Heute, diese Woche, kommen ja richtig Videos raus, halt, richtig krank. Auf jeden Fall kommen heute auch noch ein paar andere Videos, auch zu diesem Update. Das ist ein neues DLC und zwar Lowrider Part 2. Diesmal mit dem Banshee und dem Sultan RS, beidesmal in Lowrider Modus, richtig geile Fahrzeuge. Und natürlich auch liebe Grüße an Aline, gute Besserung an dich persönlich und richtig krank. Wir machen jetzt hier mal einen Drag Race zwischen dem Sultan und dem Banshee. Und ich bin gespannt, welches Fahrzeug hier besser abschneiden wird, von Beschneunigung her, von Top Speed her. Könnt ihr mal schreien, was ihr so denkt jetzt, aber es geht da gleich los. Und die Haftung geht gleich in die Luft und dann werden alle gleich losfahren, richtig krank auf jeden Fall. Ihr seht ja schon und ab nochmal, wie hier der Sultan RS in diesem Lowrider Modus einfach abzieht. Beide Fahrzeuge sind übrigens Supersportwagen jetzt. Ich habe keine Ahnung warum, weil irgendwie fühlen sich jetzt diese Fahrzeuge nicht wirklich wie Supersportwagen an. Aber okay, richtiger ist Update. Auch die ganzen Modifizierungen und Tuning-Sachen bei diesem Fahrzeug ist richtig enorm viel. Und erinnert mich wirklich sehr an Need for Speed, was man da alles machen kann. Und hier kommt jetzt auch nochmal ein zweites Drag Race, weil wir dachten, komm, ein Drag Race ist ein bisschen kurz. Deswegen, aber ihr seht es auch schon wieder. Hier Top Speed und auch wieder Beschneunigung von den Sultan RS sind auf jeden Fall richtig extrem stark und extrem geil. Und ich finde auch, da kann man sehr, sehr coole Designs auf diese Fahrzeuge machen. Und gleich kommt auch noch ein anderes Video, beziehungsweise kommen noch andere Videos, Drag Races und so weiter und so fort. Cars Comparison, bis gleich, haut rein, euer Enrico Italia, richtig krankes Update, spielts jetzt, go, man! Viel Spaß, haut rein, ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal!